Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie man Gradle in seinen Projekten verwenden kann. Denn Gradle ist tatsächlich eine Alternative, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann, wenn ihr keine Lust mehr habt auf dieses ganze, welche Library verwende ich jetzt und wie packe ich das eigentlich in mein Projekt. Dazu ist Gradle wunderbar, beziehungsweise auch Groovy, falls ihr lieber Groovy verwendet. Wir werden jetzt hier allerdings Gradle benutzen. Und es ist auch übrigens das, was für Android-Apps verwendet wird am Ende, zumindest in den allermeisten Fällen. Ja, es ist im Endeffekt eine Paketverwaltung ähnlich wie Maven auch, falls das jemandem ein Begriff ist. Allerdings wollen wir, wie gesagt, hier diese Alternative benutzen. So, wir sind in der IntelliJ IDE, weil ich die mittlerweile einfach sehr viel besser finde, muss ich sagen, als Eclipse. Weil die einfach auch Funktionen mittlerweile hat und Eclipse immer mehr Schwierigkeiten mit Kotlin bekommt und eben halt einfach nicht die native Entwicklungsumgebung ist. Das heißt, ihr könnt aber das Ganze natürlich auch immer mit Eclipse machen. Dort muss man dann natürlich Gradle erstmal aufsetzen. Und ja, das kann ein bisschen schwieriger werden. Aber genau, wir wollen hier natürlich jetzt Java verwenden und wir wollen Kotlin JVM verwenden. Und klicken hier bei einem neuen Projekt auf Next und dann können wir uns hier auswählen, wo wir das haben wollen. Und dann wird es für uns gebaut. So, und ich habe jetzt hier im Endeffekt ein, nun ja, ein relativ leeres Main erstellt. Da kann man natürlich irgendwas reinmachen, damit man sieht, dass es funktioniert. Wir kennen bereits das Print Hello World. Das ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert ja hier genauso. Aber was wir jetzt vor allem haben, ist folgendes hier. Wir haben hier dieses Build.Gradle, wir haben Gradle Properties, wir haben Gradle W und wir haben Gradle W.BUT. Und diese drei Objekte, sage ich jetzt einfach, oder diese drei Dateien, die sind relativ, oder vier Dateien eigentlich, sind relativ interessant. Ich mache jetzt mal die beiden hier auf. Diese beiden hier, Gradle W oder Gradle W.BUT, sind eigentlich nur dafür da, dass man Gradle auch wirklich ausführt. Und was auch noch interessant sein könnte, ist Settings.Gradle. Nicht wundern hier, dass dieses Ding hier Databases heißt. Das hat nichts damit zu tun. Wir werden allerdings natürlich noch ein bisschen was zu Datenbanken nachreichen. Und ja, deswegen heißt das Projekt auch schon Databases, weil wir hier eben auch eine Library brauchen. Und das über Gradle sehr viel angenehmer ist. Okay, also hier nicht wundern. Da kann man im Endeffekt den Namen einstellen von seinem Projekt. Sollte aber am besten einfach so gelassen werden, weil das IntelliJ eigentlich komplett schon so macht, wie man das braucht. Das nächste ist eben hier dieser Kotlin-Code-Style. Ist official. Das ist auch okay. Was aber interessant ist, ist dieses Build.Gradle. Hier kann man schon einiges sehen. Und zwar kann man hier zum Beispiel diese, nun ja, Bereiche sehen, die hier definiert sind. Wir haben hier zum Beispiel einmal hier die Group. Die kann man natürlich ändern, wenn man das möchte. Also nicht mehr Org.Example, sondern zum Beispiel DE.TheMorpheus kann man einstellen, wenn man das möchte. Wir sehen hier auch, welche Repositories wir verwenden bislang. Also eben nur das ganz normale Standard-Repository. Und dann sehen wir hier eben auch schon, welche Dependencies wir haben. Das heißt, welche Abhängigkeiten. Und Abhängigkeit bedeutet in dem Fall, wir wollen Kotlin verwenden. Obwohl Kotlin eigentlich bloß eine Java-Library ist, mehr oder weniger, wenn man es genau nimmt. Auch wenn es eigentlich eine komplett eigene Sprache ist, die dann zu Java kompiliert. Das sehen wir eben hier dran. Man kann das dann quasi hier einfach so einfügen. Und das ist halt relativ komfortabel. Und ja, hier unten geht es im Endeffekt schon zu den Run-Konfigurationen. Das heißt, ich kann hier auf Compile Kotlin gehen. Und dann bedeutet das, ich wandle quasi meinen Kotlin-Code in Java oder in einen Java-Byte-Code-Target um. Wenn ich also nun eine Library einfügen möchte, kann ich das einfach direkt hier tun. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier sagen, ich möchte gerne Kotlin oder die SQL-Datenbank namens Exposed. Die heißt so. Das ist einfach quasi die Bibliothek für Datenbanken, die man in Kotlin meistens benutzt. Kann man hier einfach einfügen, indem ich sage, okay, wir kompilieren jetzt noch zusätzlich diese Datenbank. Und zwar finden wir die unter, Achtung, org.jetbrains. Das findet man tatsächlich online auch, wenn man nach der Datenbank googelt. Ich möchte es ja generell zeigen, nicht nur für eine Datenbank. Ähm, Sekunde, so. Okay, also wenn man nach Kotlin-Libraries sucht, dann kann man hier wunderbar unter Kotlin-Resources gucken. Und dann findet man hier eben unter den Libraries findet man diese Datenbank oder eben diese Library eben namens Exposed. Die ist meistens dazu verwendet, wenn man mit SQL arbeiten möchte, also mit Datenbanken, sei es jetzt SQLite oder sei es eben auch MySQL oder eben auch PostgreSQL, MariahDB, Oracle, SQLite, H2 oder SQL Server. Also alles Mögliche mit SQL kann man halt damit machen, weil es eben diese Library ist. So, und dann sehen wir hier, okay, das ganze Ding ist verfügbar hier unter org.jetbrains.exposed. Ich muss einfach diese Zeile hier wirklich eins zu eins rauskopieren, die ist für Gradle da und dann kann ich hier wieder mein Kotlin-Projekt öffnen und kann eben genau diese Zeile hier einfügen und schon habe ich quasi meine Library. Kleine Einschränkung hier allerdings, ich muss das jetzt ganz kurz hier mal kompilieren, das heißt die Changes importieren. Und wenn ich jetzt das ganze benutzen möchte, was mir übrigens auch direkt gezeigt wird von der Exposed Webseite, dann kann ich hier das ganze importieren. Nehmen wir einfach mal diese erste Zeile und wenn wir das ganze importieren können, dann hat es funktioniert. Aber wie wir hier sehen können, das ist ein Problem. Das funktioniert so leider nicht. Das sehen wir an diesem roten Dings hier, dass es mir einfach einen Fehler gibt. Wenn ich jetzt hier auf Go klicke oder auf Abspielen sozusagen, dann sehen wir hier, dass, wenn wir hier oben hingehen, dass hier nicht alle Dateien im Classpath gefunden werden konnten. Das heißt, es konnte nicht gefunden werden. org.jetbrains.exposed.exposed.version 0.17.7 Ja, das hat folgenden Grund. Exposed ist nicht in den Standard-Maven-Repositories drin. Maven ist die Verwaltung für solche Pakete und die möchte ich ja benutzen. Wir sehen das hier an Maven Central. Diese Repositories verwende ich. Das heißt, ich habe nur die Repositories, also die Bibliotheken zur Verfügung, die mir von Maven auch wirklich standardmäßig zur Verfügung gestellt werden. Und dieser Fehler sagt mir jetzt gerade, das ist leider nicht in den Standard-Repositories von Maven drin. Das heißt, ich muss hier leider noch irgendwie das Ganze in meine Repositories einfügen. Ja, wie mache ich das denn? Nun ja, wir gehen wieder auf die Webseite von dieser wunderbaren, ähm, von der, von der Library und sehen hier, ähm, exposed is currently available for Maven Gradle Builds at. So, das heißt, wir müssen das Ding hier jetzt reinkopieren und können tatsächlich einfach hierher gehen und sagen, wir nehmen uns dieses, ähm, diese Zeile hier. Und das ist jetzt, wo unsere Bibliothek eigentlich gerade sich befindet. Wir gehen jetzt mal ganz kurz auf diese Webseite und dann sehen wir hier tatsächlich, äh, dass exposed hier drin ist und dass ich dieses auch benutzen kann für meinen Maven Repository oder eben auch für meinen Gradle Build. So, das heißt, ich kann mit dieser URL hier kopieren. Na, Achtung, ich sollte eigentlich hier hinten den letzten Slash sollte ich nicht drin haben. So, ähm, beziehungsweise nein, wir brauchen, äh, die Download-URL, die holen wir uns, ähm, von dem Bintray hier. Das heißt, wir klicken hier jetzt auf das, was wir haben wollen. Es gibt exposed to Java, time exposed, DAO, exposed core und so weiter und so fort. Wir wollen einfach nur das ganz normale Exposed haben, Version 0.7.10.7. Und dann steht hier drüben auch schon ganz, ganz toll dieser Download, ähm, naja, dieser Download.bintray-Ordner. Und man kann das auch direkt auf, äh, in die Zwischenablage reinkopieren. Das heißt, wir klicken hier jetzt auf Copy und dann ist das in unserer Zwischenablage drin. Wir wechseln wieder in unser Projekt und jetzt können wir das Repository hier einfügen. Das machen wir über Maven, also einfach Maven, das Wort eingeben und da kann man ein Repository jetzt drin angeben. Hier sagen wir über die URL bitte und zwar die URL, die sich in unserer Zwischenablage befindet, nämlich dl.bintray.com slash kotlin slash exposed. So, und somit haben wir automatisch ein neues Repository zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben jetzt die Standard-Maven-Repositories in Gradle drin und wir haben alle weiteren, die wir hier unten drunter eingefügt haben im Endeffekt. Das heißt, diese URL hier haben wir jetzt hinzugefügt zu allen verfügbaren Paketen, die wir verwenden können. Und hiermit haben wir gesagt, dass unser Projekt von genau dieser Library hier abhängt. All das finden wir, wie gesagt, unter den Kotlin Resources. Ähm, wenn da Bedarf besteht nach einem speziellen Thema, dann kann ich da gerne aushelfen. Wir machen natürlich jetzt dann in den nächsten paar Videos noch, ähm, noch eben Datenbanken. Aber ja, das ist im Endeffekt, wie wir hier jetzt an die Library kommen. So funktioniert es im Endeffekt mit jeder Library. Das heißt, die nächsten paar Male werde ich da relativ schnell drüber gehen, weil das eben jedes Mal derselbe Prozess ist. Man holt sich erstmal die Library, dann schaut man, wo bekommt man sie her, also wo ist diese Maven-URL und dann fügt man die beiden Sachen ins Gradle-Bild ein. Schon ist man fertig. Man speichert das. Man importiert hier unten die Changes, sonst funktioniert dringend gar nichts. Ähm, das dauert ein bisschen. Und dann sehen wir hier Configure Successful, das ist schön. Und dann gehen wir hier rüber und sehen, das, was gerade eben noch rot war, dieser Import, der ist jetzt auf einmal wieder grau. Das bedeutet einfach nur nicht genutzt. Und wenn ich jetzt hier wieder auf Abspielen klicke oder auf Ausführen klicke, dann sehen wir hier, Hello World wird ausgegeben und es kommt kein Fehler mehr und alles hat wunderbar funktioniert. So fügt man Dateien bzw. neue Libraries in Gradle ein. Und ja, meiner Meinung nach ist das deutlich einfacher, wie wenn ich das jetzt über den Java- oder den Eclipse-Build-Path machen müsste. Ähm, weil der irgendwie nicht so zuverlässig funktioniert, wie ich mir das meistens vorstelle. Allerdings geht das natürlich auch. Dort habe ich das allerdings auch schon gezeigt. Das heißt, wer lieber mit Eclipse arbeitet, der möge das bitte tun. Hier haben wir jetzt eine Alternative in der IntelliJ IDE. Und ja, mit der wollen wir jetzt dann auch in Zukunft wieder arbeiten. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss.